Nächste Woche. Hättest du damit gerechnet, dass du die letzte Krawatte behalten darfst? Eigentlich schon, ja. Bei mir war aufgewühltes Emotionschaos. Da war doch was, da war doch eine Connection. Und wo ist das jetzt hin? Ich glaube, man kann das schlecht in Worte fassen, was da alles in einem vorgeht. Seid ihr ein Paar? Ich glaube, das ist ein Paar.